Willkommen in unserem Podcast New Devs on the Block. Wir sprechen über unser Projekt Coding Bootcamps Europe, New Work Konzepte, Digitalisierung und alternative Wege in die IT. Hi und herzlich willkommen zum New Devs on the Block Podcast. Mein heutiger Gast ist Julia. Julia kommt aus Hamburg und Julia hat einen mega spannenden Lebenslauf. Sie hat ihren Bachelor in Medieninformationen gemacht und hat sich dann nach dem Bachelor nicht für einen Masterstudiengang, sondern für eine Ausbildung in einem Coding Bootcamp bei Neue Fische entschieden. Heute arbeitet sie als Frontend-Entwicklerin und ist Mitgründerin des Social Developers Club. Aber bevor ich jetzt alles verrate, liebe Julia, stell dich doch einfach mal selber vor. Danke, liebe Mareike. Ja, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin Julia Heidinger. Ich bin geboren und aufgewachsen in Schönhamburg. Genau, ich habe eigentlich Medien und Informationen studiert, damit ich irgendwann Journalistin werden kann. Und das war eigentlich schon seit immer so mein Kindheitstraum, durch die Welt zu reisen, Reportagen zu schreiben. Genau, dann musste ich allerdings in diesem Studium mal eine Webseite bauen, weil das irgendwie dazugehörte, weil wir so einen Blog aufgesetzt haben für das Thalia-Theater. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das dann irgendwie weiter am Wochenende gemacht habe und dann auch noch in der Woche drauf. Dann sind ziemlich viele meiner Freunde und auch aus dem Studium Leute selbstständig geworden, auch Teile meiner Familie, arbeiten auch selbstständig. Die brauchen dann auch irgendwie alle Webseiten. Ja, mache ich euch. Genau, und da habe ich dann so richtig entdeckt, okay, vielleicht macht mir das noch mehr Spaß, als Reportagen zu schreiben. Zumal ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass ich dafür auch Geld bekommen kann. Und habe dann irgendwann auch angefangen, als Werkstudentin im Frontend zu arbeiten bei About You damals. Da war es noch ein kleines Startup. Genau, dementsprechend ging es auch hektisch hin und her. Da wurde ich komplett ins kalte Wasser geschmissen und habe mir halt alles an HTML und CSS vor allem beigebracht. Immer mal wieder ein bisschen JavaScript. Und dachte so, ja, okay, eigentlich ist das das, worauf ich gerade richtig Bock habe. Und habe dann nach meinem Bachelor, also den habe ich noch zu Ende gemacht und habe dann überlegt, ob ich nicht Informatik studieren sollte. Weil irgendwie macht mir das ja schon Spaß, aber ich kenne irgendwie gar nicht die Basics und alles. Habe das dann auch ein Jahr gemacht. Und dann aber gemerkt, nee, ich muss wieder in die Praxis. Mir macht es am meisten Spaß, das schaffen und direkt daran zu arbeiten. Die ganze Theorie ist super interessant und auch wissenschaftlich arbeiten finde ich cool. Aber in dem Moment dachte ich, nee, ich will jetzt irgendwie loslegen. Und bin dann auf eine Anzeige von einem Bootcamp gekommen. Also da war das das neue Fische-Bootcamp. Das war, glaube ich, das erste in Hamburg. Und da dachte ich, ah cool, da muss ich ja nicht mal irgendwo hinreisen. Also ich reise auch gerne, klar. Aber das war dann sehr, also dass ich in meiner Wohnung bleiben konnte und alles war super. Und habe mich dann einfach mal beworben. Das hat geklappt. Und ja, vier Monate später habe ich als Web-Entwickler, also als Frontend-Entwicklerin angefangen. Ging dann doch schneller als erwartet. Aber jetzt bin ich sehr glücklich mit der Entscheidung und würde es immer wieder genauso machen. Spannend. Wie bist du denn, oder vielleicht kannst du mal so ein bisschen von deiner Zeit im Bootcamp selber erzählen. Also das ist natürlich, oder stelle ich mir schon auch krass und anstrengend vor. Also ich meine, du wirst überschüttet von neuen Informationen. Du hattest jetzt so ein bisschen, so ein paar Vorkenntnisse. Aber so wie, wie würdest du so diese Zeit in dem Bootcamp selber beschreiben? Wie war das für dich? Also das war nämlich auch meine Annahme. So, hey, ich habe ja schon knapp zwei Jahre als Werkstudentin in der IT gearbeitet. Locker so, das ist nur noch in meiner Auffrischung. Aber so war es halt gar nicht. Also die ersten zwei Wochen, klar, das war eine gute Wiederholung auf jeden Fall. Aber dann wurde ich so krass gefordert und gefördert natürlich auch. Aber da dachte ich, okay, die Sachen, mit denen ich irgendwie vorher gearbeitet habe oder mir halt selber beigebracht habe, sind irgendwie auch gar nicht mehr so up to date. Und auf einmal habe ich so das Neueste vom Neuesten gelernt und neuestes CSS, neuestes JavaScript. Und dachte so, okay, krass, ich habe noch mit jQuery irgendwie meine Funktion geschrieben. Lassen wir das mal weg. Genau, und wurde, also das war dann so erfrischend und krass anstrengend. Aber dadurch, dass wir halt so eine Gruppe waren von 15 Leuten, die halt alle dasselbe Ziel hatten, war das so ein guter Vibe und so voll motivierend. Und alle haben sich gegenseitig gepusht, wenn wir dann irgendwie so zehn Stunden am Tag da zusammengehockt hatten, haben wir uns halt abends ein Bier geschnappt und weitergemacht. Und das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, wo ich oft an mir gezweifelt habe, ob ich das wirklich will. Weil man kommt gerade in der IT oder wenn man programmiert so schnell an Grenzen irgendwie oder so zweifelt. Aber dann dieses Gefühl, wenn man es schafft und dann irgendwie dann es doch klappt, das ist so krass, dass es alles wieder wettmacht und so eine krasse Motivation in mir ausgelöst hat. Dass ich dann einfach gedacht habe, nee, genau so will ich arbeiten. Ich will eigentlich immer wieder was Neues lernen, mich immer wieder herausfordern. Und so wie das Bootcamp war, ging es dann halt, also das war auch diese Arbeitsweise, war halt auch der perfekte Einstieg, also Vorbereitung für die Arbeitswelt. Weil da war ich auch irgendwie am Anfang immer überfordert oder teilweise immer noch, weil ich mich halt auch selber total gerne fordere und halt einfach neue Sachen ausprobiere, mit denen ich mich eventuell nicht so gut auskenne. Und das war, glaube ich, für mich auch das beste Learning im Bootcamp, dass ich halt gemerkt habe, okay, auch wenn es richtig aussichtslos wirkt irgendwie, es geht halt weiter, wenn ich dranbleibe und dann findet sich eine Lösung. So, das war für mich so neben allen Programmiersachen und Techniken und so, alles, was ich gelernt habe, war das, glaube ich, so mein größter Value, den ich mitnehmen konnte. Und wie gehst du heute mit solchen, also ich meine, es ist ja normal, dass man mal in so einen Tief kommt oder auch Sachen einfach, wo man denkt so, oh Gott, hast du da so Tipps und Tricks? Wie gehst du damit um, wenn du in so ein Motivationslow kommst? Hast du da irgendwie, dass du dich dann wieder so rausziehen kannst? Also erstmal arbeite ich eine Vier-Tage-Woche aktuell, weil ich noch ein anderes Unternehmen nebenbei gegründet habe und dann ist es immer so, es sind nur vier Tage so. Wenn es richtig eine Blöde-Woche ist, dann denke ich mir, ist bald wieder vorbei so. Und wenn ich aber so richtig festhänge, dann kann ich einfach so glücklich über mein Team sein, also gerade mein Chef, aber auch mein restliches Team, die sind halt immer da. So, ich kann die immer nerven, auch jetzt aus dem Homeoffice und sagen so, kannst du mal kurz Rubber Duck spielen? Kann ich dich mal voll quatschen? Können wir einfach mal zusammen drüber gucken? Und auch zum Beispiel mein Vorgesetzter, mein Chef meinte auch letztens so, Julia, ich weiß, dass ich dich ständig überfordere, aber ich weiß auch, dass du damit gut klarkommst und dass du so dein größtes Potenzial sozusagen entfachst und lernen kannst. Und ich bin halt da, wenn du Hilfe brauchst und das ist so eine gute Arbeitsumgebung, dass man weiß, okay, ich kann mich fordern, ich kann irgendwie das Gefühl haben, dass ich festhänge und mich da nicht mehr raus motivieren kann, aber ich weiß auch, dass ich Leute habe, auf die ich zählen kann. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich nicht direkt selbstständig weitergearbeitet habe, sondern mich doch dafür entschieden habe, in ein Team zu gehen nach dem Bootcamp, weil ich da nochmal so ein bisschen so ein Backup habe, so ein bisschen Power und Leute, die halt für einen da sind. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du hast noch ein Projekt nebenbei, also Vier-Tage-Woche ist ja für viele auch so ein Traum, dass sie sagen, ich lasse mich fest anstellen, ich muss mir um diesen ganzen Sermon, den ich habe, wenn ich komplett selbstständig bin, gar nicht kümmern. Ich habe das Team, ich habe den Support. Dieses andere Projekt, magst du da nochmal ein bisschen drüber erzählen? Was machst du da? Was ist das? Ja, das andere Projekt, also erstmal, ich wusste, dass ich eine Vier-Tage-Woche arbeiten wollte, einfach so, weil durch das Entwicklergehalt habe ich sozusagen relativ, ja, bin höher eingestiegen, als dass man wahrscheinlich in den meisten Berufen tut mit einem Bachelorabschluss. Und deswegen konnte ich es mir leisten, sozusagen 80 Prozent meines Gehalts nur zu nehmen und mir dadurch sozusagen die Freiheit ermögliche, einfach noch weiter mich in andere Bereiche zu entwickeln, ohne natürlich auf die Programmierung und meine Arbeit als Entwicklerin verzichten zu müssen. Allerdings lag mir die ganze Zeit noch ein anderes Thema sehr am Herzen und da bin ich sehr froh, dass ich da die Sabrina gefunden habe, der das genauso am Herzen lag und wir dann zusammen den Social Developers Club gegründet haben. Der Social Developers Club ist einfach ein internationales Netzwerk für eigentlich alle Leute im IT-Bereich oder auch einfach technisch begeisterte Menschen. Grundsätzlich soll der Social Developers Club dazu beitragen, einfach diese Hürden in die IT so ein bisschen niedriger zu setzen, das einfach mal, ja, attraktiv zu machen, mal ein bisschen Programmierung auszuprobieren. Aber natürlich soll es auch Entwickler untereinander vernetzen, die Communities vernetzen, den Austausch fördern, so ein bisschen diesen Konferenz-Weib herstellen, dass man so ein bisschen sich aus seiner Entwicklerblase, also zum Beispiel ich im Frontend war immer auf Frontend-Meetups und habe mir alle zu React angeguckt und auf Konferenzen habe ich dann auch manchmal mit Backend-Entwicklern, mit Data-Leuten geredet und das fand ich so inspirierend, einfach mal aus seiner Blase irgendwie in einen anderen Tech-Bereich zu gucken und den Austausch irgendwie zu haben. Das war so unser einer Punkt, einfach so diese, ja, diesen grundsätzlichen Austausch zu ermöglichen, aber auch das Thema Diversity in Tech anzugehen und ja, das lag uns so krass am Herzen, weil wir haben halt gesehen, dass es diese Formate gibt, Frauen zu isolieren und einen sicheren Rahmen zu schaffen, damit die sich an Tech trauen, das wirklich auch super ist, finde ich. Aber ich habe so viele tolle männliche Kollegen und so viele Mentoren gehabt, die möchte ich auch nicht ausschließen irgendwie aus meinem Netzwerk und die sind es ja auch, die mich jeden Tag irgendwie weiterbringen oder ja, die gehören einfach genauso dazu wie auch alle Frauen, mit denen ich arbeite und das war halt für uns so wichtig, dass wir halt in unserem Netzwerk niemanden ausschließen, sondern halt wirklich alle willkommen heißen, egal ob man jetzt Anfänger ist oder schon Experte in seinem Gebiet, aus welchem Land man kommt, welchen Hintergrund man hat, welches Geschlecht man hat, so. Also das sollte alles irgendwie willkommen heißen, also die sollen sich alle willkommen fühlen und da wollen wir halt auch wirklich oder legen wir auch seit jetzt knapp zwei Jahren unseren größten Wert auf Inklusion und versuchen immer wieder Angebote zu schaffen, damit sich jeder angesprochen fühlt, sich jeder wohl fühlt auf unseren Events und ja, freuen uns, dass wir das jetzt auch international irgendwie erweitern konnten und da weltweit eigentlich tolle Projekte starten konnten. Ach krass, spannend. Ja, ihr habt ja jetzt auch gerade so einen Preis, den Ida-Preis gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Kannst du nochmal kurz erzählen, worum es bei diesem Preis geht? Ja, also der Idea-Preis, das ist sozusagen eine Initiative von der Stadt Hamburg und das ist sozusagen ein Preis, der für ein Projekt vergeben wird, was für Innovationen, für Equality, also Digital Equality steht. Also das konnte ich auch so stimmen, komplett falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall geht es darum, dass man ein Projekt fördert mit diesem Preis, was für ja Gleichstellung steht sozusagen oder womit man ja gesellschaftliche Probleme zu diesem Thema löst. Und für uns war gerade im letzten Jahr das Thema KI überall im Vordergrund und das Thema Bias in KI, also Ungleichbehandlungen durch algorithmische Entscheidungen, genau, die halt durch KI entstehen können, war für uns so essentiell wichtig, weil halt immer wieder News aufgekommen sind, wo krasse Probleme entstehen in unserer Gesellschaft. Und gesellschaftlich haben wir noch so dieses Bild von KI oder Computern, dass sie halt neutral sind, dass deren Output irgendwie neutral ist. Aber das ist halt gar nicht so. Also KIs sind immer Bias, also haben immer ein Vorurteil, das einfach durch Daten generiert wird, weil diese Daten halt ja auch vorurteilsbehaftet sind. Und das ist auch, es ist ein Problem, aber es ist auch normal irgendwo, weil diese Daten von Menschen erstellt werden. Das Problem ist nur, dass wir nicht davon ausgehen, dass es so ist und dass wir auch nichts aktiv dagegen tun aktuell, dass dieser Bias im KI-Bereich mal aufgelöst wird oder aktiv dagegen angegangen wird. Und das war irgendwie so unser Pain. Und deswegen haben wir gedacht, okay, was können wir machen? Also wir wollen uns auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen, auch unabhängig von diesem Preis. Und haben dann überlegt, okay, wo müssen wir es angehen? Also da war für uns halt klar, wir wollen Workshops für Kinder machen und Jugendliche, damit halt das grundsätzliche Verständnis von KI und auch von Bias beigebracht wird. Und genau, jetzt haben wir ein Konzept dazu entwickelt, das haben wir bei der Stadt Hamburg eingereicht. Und ja, jetzt haben wir halt diese große Ehre bekommen, also diesen Preis auch gewonnen zu haben. Wir sind unglaublich überwältigt und glücklich darüber, weil das natürlich auch für uns nochmal eine ganz andere Tür von Möglichkeiten irgendwie öffnet. Und wir jetzt wirklich ab 2021 aktiv das Thema angehen können und da aktiv hoffentlich auch viel bewirken können. Ja, da bin ich sehr gespannt, was man da von euch in Zukunft hört. Wenn Leute das cool finden, den Social Developers Club und sagen so, wie können die euch erreichen? Ihr sitzt in Hamburg. Was habt ihr für Veranstaltungen? Also muss ich nach Hamburg kommen oder wie kann ich in Kontakt mit euch kommen? Also am besten einfach mal auf unsere Website gehen oder am besten auch auf unsere Social Media Kanäle. Also wir sind eigentlich überall Instagram, Twitter und auch auf LinkedIn am besten zu erreichen. Ich glaube, wenn man das Social Developers Club eintippt, dann sollte man das direkt finden. Social Dev Club auf Twitter. Ansonsten haben wir auch eine Webseite mit der allgemeinen E-Mail-Adresse, wo man immer, wenn man ein bisschen längeren Text hat, vielleicht da sein Anliegen irgendwie schildern kann. Aktuell haben wir keine Meetups, sonst hatten wir immer zwei Meetups im Monat, wo man halt offline sich treffen und austauschen konnte und immer eine Konferenz im Jahr. Also die hatten wir dieses Jahr auch noch, aber nächstes Jahr, wir planen mal noch nicht zu viel. Hoffentlich. Genau, deswegen findet gerade viel online statt. Wir haben einen Discord-Channel, wo wir so ein bisschen mit der Community immer im Austausch sind. Und genau, sonst findet einfach gerade viel über Social Media statt. Da am besten einfach mal auf Instagram, LinkedIn folgen. Da werden wir auch alle Details zum neuen Projekt immer preisgeben, alle Updates. Wir brauchen da natürlich Leute, die sich einbringen wollen, weil wir stehen gerade ganz am Anfang damit und sind natürlich über alle Experten oder Interessierte zu dem Bereich dankbar und freuen uns auf Leute, die Lust haben auf das Projekt oder einfach auch noch nicht richtig wissen oder vielleicht auch Lust, wie bei euch zum Beispiel, Lust haben. So, ich bin jetzt in die IT, ich will was starten, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht, wo. Dann freuen wir uns natürlich auch immer, ja, wir verstehen uns manchmal so ein bisschen als Einstiegspunkt in die IT und in die IT-Community, weil wir halt so krass mit allen, also mit sehr vielen Communities deutschlandweit zusammenarbeiten und da halt auch immer gerne die Leute hinverweisen und connecten, weil wir finden halt nicht, dass es irgendwie konkurrenzgetrieben sein sollte, sondern dass wir alle irgendwie einen Mehrwert bringen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir coole Leute mit coolen Organisationen und Vereinen irgendwie connecten können. Also eigentlich, ja, es ist jetzt sehr allgemein formuliert, ne? Aber wenn man Bock auf IT hat, wenn man Bock vielleicht auch mal selber einen Workshop zu geben oder so, sprecht uns gerne an und dann gucken wir mal. Und gerade zum neuen Projekt, zu BIOS in KI, sind eigentlich alle Wünsche und auch einfach Anregungen, Themen, Ideen sehr willkommen. Cool. Ja, wir werden auf jeden Fall eure ganzen Links auch links verlinken. Ha, 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 ne? Machen wir. Ja. Eigentlich sind wir schon quasi fast durch, aber eine letzte Frage oder eine letzte Sache, das möchte ich so jetzt irgendwie in den Podcast so ein bisschen integrieren. Wenn Leute jetzt gerade so, oh, ich komme so aus dieser Old Fashion Industrie, ich will irgendwie was ändern, gibt es irgendwas, was du Leuten, die vielleicht gerade so an dieser Schwelle stehen, was du denen mitgeben möchtest? Vielleicht irgendwie so ein Motivationssatz oder eine Sache, die dir persönlich einfach geholfen hat, deinen Weg zu finden. Und wenn ich dich jetzt so sehe und die sprechen, du strahlst über das ganze Gesicht, das ist halt super schön. Und das wirkt halt, also das ist halt so echt. Und das ist einfach so diesen, gibt es irgendwas, was du Leuten gerne mitgeben möchtest? Also es ist ein bisschen mehr als ein Satz, würde ich sagen, wenn wir noch die Zeit haben. Ja, sicher. Also mir hat es so krass geholfen, dass als ich ganz, ganz am Anfang war mit Programmieren und irgendwie meine ersten Webseiten gemacht habe, aber trotzdem schon voll stolz drauf war, habe ich das immer auf Social Media gepostet. Also ich habe irgendwann angefangen auf Instagram so mal meine Sachen zu zeigen, meinen Code zu zeigen und das war so krass, weil mir war das vorher nicht bewusst, aber es ist so eine krasse, positive Community dahinter, die mich so bestärkt hat und wo ich dann auch mich mit anderen austauschen konnte, die auch am Anfang standen oder welche, die schon weiter waren als ich, wo ich dann einfach so gemerkt habe, okay, das ist gar nicht so beängstigend und das sind gar nicht alles Leute, die irgendwie wie in diesen Hacker-Filmen im Keller sitzen und sich abschotten und gemein sind. Das sind ganz normale Menschen, die Bock haben, irgendwie coole Sachen zu bauen, genau wie ich. Und da hat es mir voll geholfen, einfach meinen persönlichen Weg so ein bisschen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht was für jeden, aber mich hat es so ein bisschen aus meiner Komfortzone gelockt und jetzt rückblickend, das ist voll auch schön, so diese Dokumentation zu haben, so wie der Weg war. Und da ist es halt, hat es mir voll geholfen, dass ich so direkt Leute aus der ganzen Welt kennengelernt habe, mit denen ich immer noch heute irgendwie in Kontakt bin und wir abends online scrabble oder so spielen. Aber dass wir halt so alle irgendwie die gleichen Hindernisse oder Hürden hatten irgendwie und vor den gleichen so krassen Situationen standen teilweise. Und dass es halt für alle auf der ganzen Welt irgendwie gleich ist, so in diesem Bereich, das hat mich so krass motiviert und mir auch so die Chancen aufgezeigt, die dieses ganze Thema haben kann. Dass man halt wirklich, wenn man anfängt zu programmieren, man das überall machen kann. Das ist so krass einfach. Und genau dieser Austausch mit dieser Community auf Social Media hat mir da voll geholfen, weil in meiner Familie ist halt niemand in der IT. Und damals war ich noch nicht im Job. Ich hatte nur meine Studienkollegen, die halt alle irgendwas mit Medien gemacht hatten. Und da hatte ich mich manchmal so ein bisschen alleine gefühlt mit der Situation, aber ich wollte das halt machen. Und da hat es halt super geholfen, so rauszugehen in die Welt und zu zeigen, was ich mache. Und das hat halt direkt auch Leute angezogen, die es auch gemacht haben. Und schon hatte ich da so meinen kleinen Circle irgendwie von Leuten. Und das hat mich so motiviert, auch dann wirklich zu sagen, okay, ich breche das jetzt ab mit dem Studiengang so, mit dem Master und mache jetzt ein Bootcamp. Weil ich habe halt schon von anderen, mit denen ich mich dazu unterhalten habe, gehört so, okay, man kann danach auch was machen. Also Unternehmen nehmen auch ein Bootcamp ernst. Und das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man den Master nicht hat, sondern ein Bootcamp gemacht hat. Das wird genauso wertgeschätzt von vielen Unternehmen. Und das hat mir dann halt auch die Angst genommen, so diesen weiteren Schritt zu gehen. Und ja, einfach rausgehen mit seinem Problem. Irgendwie auch, wenn es einem manchmal unangenehm ist. Also ich glaube, sobald man es teilt, findet man immer Leute, denen es irgendwie mal genauso gegangen ist. Und das hilft einfach schon, diesen emotionalen Support zu haben. Und ja, oder sich einfach so Mentoren oder Buddies zu suchen, die irgendwie in einer ähnlichen Situation stecken. Also wirklich der Austausch mit anderen ist so eine krasse Motivation für mich, auch mich selber was zu trauen. Ja, ich glaube, das kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, wenn man wirklich so in einem ganz anderen Job zum Beispiel steckt und noch gar nicht weiß, ob das was für einen ist, einfach mal einen Online-Kurs machen. Also ich würde halt auch immer vor einem Bootcamp oder so empfehlen, so mach mal einen HTML-CSS-Kurs oder in welcher Programmiersprache auch immer. Und schau mal, ob es dir Spaß macht. Weil so ein Bootcamp ist das Beste, was mir passieren konnte. Aber es war auch das Härteste. Und wenn man dann nicht ein bisschen Spaß an der Sache hat oder die richtige Motivation, warum man das machen möchte, dann ist das sehr schwer. Also es ist so schon schwer, aber dann ist es nochmal eine Nummer härter. Aber wenn man diese Motivation hat und das schon mal ausprobiert hat und weiß, okay, das macht mir Spaß und ich weiß, was ich danach mit diesem Bootcamp anfangen möchte, dann ist es eine durchgehende Motivation. Also ja, ich hoffe, dass es geht so in eine Art von Antwort. Auf jeden Fall. Das würde ich so mitgeben. Ah, schön. Super spannend. Ich drücke dir auf jeden Fall oder wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das klappt. Auch das neue Projekt. Wir sind ganz, ganz, ganz gespannt, was da kommt. Ja, und wir sind ja sowieso irgendwie connected und bleiben in Kontakt. Und ja, schauen mal, was da so in Zukunft noch passiert und welche Kooperationen wir vielleicht auch noch zusammen machen können. Ich würde mich sehr drauf freuen. Ja, ich mich auch. Liebe Mareike, ich kann es nur zurückgeben. Ich finde es so schön, was ihr macht, wir Leute motiviert und ihr seid so tolle Menschen. Also auch von mir nur das Beste für euch. Ich freue mich so, dass euer Bootcamp endlich losgeht. Dankeschön. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir bleiben auf jeden Fall. Danke, danke.